Wir haben das vorher gemappt. Hm? Wir haben das vorher gemappt. Wie bitte? Wir haben das vorher gemappt. Ah ok. Und bei dem Bild nimmst du den Rahmen da raus. Also mach den Mann hier überall drauf. Das ist noch Wasser für meinen Kumpel. Ich bringe Wasser her. Herr Pozzilist, haben Sie eine Zigarette für mich? Ich habe eine Zähne drin. Dann drehen. Kannst du dir auch eine Zigarette drehen? Ja, aber hast du Filter oder noch Fäden? Guter Junge. Ich glaube ja. Das hier ist erstmal Gras. Das Masopilami. Ja, ich weiß noch. Das Masopilami. Vielleicht kannst du es irgendwann noch mal machen. Da kamen noch zwei, drei Leute an, die sagen, oh geil, das Masuk Palami. Das ist irgendwie so ein Zebra-Ding, was im Wald hängt und so ein ganz langes Schwanz hat. Also irgendwann heute Abend vielleicht nochmal, weil es kommt einfach gut. Also das Masuk Palami hat auf jeden Fall noch gute Fälle. Geil.